Hallo Freunde, willkommen zurück. Heute gehen wir zusammen spazieren in meiner Ortschaft. Letztes Mal habe ich euch mal mitgenommen, das war glaube ich vor über einem Jahr schon. Ich habe euch einen Teil gezeigt der Ortschaft und heute zeige ich euch einen anderen Teil. Und damals habe ich geschrieben, in meinem Dorf, viele haben mir geschrieben, in vollstem Ernst, dass es kein Dorf ist. Leute, es ist mir bewusst, dass es kein Dorf ist, das war nur Spaß, okay. Gut, da wir das jetzt geklärt haben, gehen wir weiter. Da wollte ich einen Vogel erwischen, aber auf dem Handy sieht man da natürlich nichts. Wie ihr sehen könnt, haben wir viel Grün und Bäume. Der Wald ist auch ganz in der Nähe. Und es war so ein heißer Tag. Das sieht man überhaupt nicht auf dem Video, aber die Sonne hat so dermaßen geknallt. Und nach einer Weile, ja, war es schon grenzwertig. Ich musste ganz schnell nach Hause. Und es war noch nicht mal so spät. Ich glaube, es war so zwischen 10 und 11 Uhr. Also, ach, ich liebe zur Zeit die Felder. Die sind so gelb. Und wenn der Wind drüber geht, dann sieht es aus wie das Meer. Das ist mein Outfit of the Day. Und ehrlich gesagt, habe ich gar nicht geplant zu filmen. Hier war mal ein Schlecker drin. Aber jetzt ist schon sehr, sehr lange nichts mehr drin. Und wir haben auch ein paar in Anführungszeichen Rohhäuser. Jawohl. Und die Blümchen wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Mega süß mit den Bienchen auch. Auf jeden Fall, das war eine ganz spontane Aktion mit dem Filmen. Ich musste wohin. Und dann habe ich einfach angefangen zu filmen. Hab gedacht, ich werde jetzt spazieren gehen und euch einfach mitnehmen. Wie in den guten alten Zeiten. Und ich mache noch ein paar Geräusche nebenher. Ratet mal, was das ist. Ich glaube, das wird keiner erraten von euch. Try it. Das sind so putzige Häuser. I love it so much. Die sehen so süß aus. Da bin ich mal wieder. Und wir steuern hier jetzt eine Bank an. Und ihr könnt mir gerne sagen, ob ihr vielleicht Vlogs mögt, wo ich direkt spreche. Zum Beispiel mit so einem Minimike unterwegs bin und spreche. Oder mit Untertiteln. Und also hier wollte ich euch zeigen, was ich in meiner Tasche habe. Die jetzt nicht aufgehen möchte. Ich habe natürlich Wasser dabei. Und so einen kalten Kaffee. Die habe ich gerne unterwegs dabei. Und natürlich einen Mischli-Riegel. Ich glaube, der ist von Penny. Und ich brauchte ganz dringend Water. Water, 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 Water. Because es war unglaublich heiß. Okay. Also, wie gesagt, das ist unsere Feuerwehr. Da kommen wir gleich noch hin. Wir inspizieren sie noch ein bisschen genauer. Also, ja, vielleicht mögt ihr, wenn ich mit dem Minimike unterwegs bin. Ich wollte ein Video drehen im Garten mit dem Minimike. Und gucken, ob es da schöne Geräusche gibt, die man rausholen könnte. Oder wie gesagt, mit Untertiteln. Das interessiert mich, was ihr am besten mögt. Ich kann halt auch nicht immer die Geräusche da lassen, die ich aufgenommen habe. Weil manchmal ist es laut oder unangenehm. Dieser Weg ist einfach 1A, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Wenn man runterfährt, ist man so schnell wie eine Rakete. Und wenn man wieder zurückfährt, dann ist es so eine Probe, ob man noch fit genug ist, um da hochzukommen. Aber ich habe es jedes Mal geschafft bis jetzt. Ihr dürft mir gratulieren. Ein weiterer Tipp, was das ist, was Geräusche macht. Ihr müsst es eigentlich kennen. Okay, diese Stelle, die ist ganz gut, weil es da natürlich kälter war. Aber natürlich ein bisschen stink ich auch. Aber das nimmt man gerne in Kauf, wenn es so eine Hitze ist. Ich habe geschwitzt wie sonst was. Und da ist unsere Feuerwehr. Hello, Feuerwehr. Und hier hat sich unsere Jugend verewigt. Natürlich ist es ein sehr beliebter Treffpunkt. Ist ja klar, so unter der Brücke sammelt man sich gerne. Also die jungen Menschen. Da kommt jetzt der Gießweg. Und das sind auch ganz nice Geräusche. Das ist jetzt ein Haus, das ein bisschen eigen ist, finde ich zumindest. Da ist dann auch irgendwo ein Baumhaus. Ich glaube, das stand zum Verkauf. Vor kurzem. Hat das vielleicht jemand gekauft? Weil ich habe kein Schild gesehen, als ich jetzt unterwegs war. Ich habe einfach nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall, auf diesem Weg kommt man in den Wald. Auf mehreren Wegen kann man da in den Wald kommen. Da kann man auch an Pferden vorbeilaufen, die draußen frei herumlaufen. Also natürlich in einem eingezäunten Bereich. Und später gibt es da auch ganz süße Gärten. Aber so weit wollte ich nicht. Also das ist nochmal dieses Haus von der anderen Seite. Ich wollte wieder in die andere Richtung laufen, weil... Ich wollte euch halt noch andere Sachen zeigen. So, wir sind wieder oben angekommen. Hier ist ein Airbnb übrigens. Das habe ich schon mal abgecheckt. Ich wollte euch mal zeigen, wie diese Häuser da stehen. Das ist so ein Abhang. Und die haben ihre Gärten am Abhang. Ich weiß, das ist alles sehr aufregend, aber... Man kann von so einem Vorort nichts erwarten, Freunde. Was so aufregend ist. Okay, ehrlich gesagt gibt es ein paar Stellen, die ich euch hätte zeigen können, aber... Die sind halt woanders. Und ich war in der anderen Ecke unterwegs. Ich habe es halt nicht geplant. I'm sorry. Ach so, ja, das ist ein Kindergarten. Da habe ich zwei Köchinnen reden gehört. Das Fenster war offen. Ich hatte es schon fast gefilmt, aber dann habe ich gedacht, okay, nee. Lass es mal lieber. Ihre Privatsachen sollen privat bleiben. Das ist auch ein Lokal, das eine sehr seltsame Energie versprüht. Ich hatte übrigens in letzter Zeit, habe ich viele Ausflüge gemacht und es nie gefilmt. Weil ich einfach, ich hatte nicht mal Lust, irgendwie Fotos zu machen, weil ich die Ausflüge auch genießen wollte, weil ich einfach präsent sein wollte. Bei uns wird auch viel gebaut, das sind so Wohnhäuser. Ich hoffe, da entsteht auch noch was anderes. Das ist unsere La Bibliotheca. Und ich habe mir den Riegel genüsslich reingezogen, den ich mitgenommen habe. Das ist unser Sportplatz. Da spielen unsere Sportler Fußball. Und dieses wunderschöne Feld führt zum Rewe, den wir gerade ansteuern. Und ich finde, dieses Feld ist einfach wunderschön. Ich meine, guckt euch mal diese Farben an. Ist das krass? Das ist natürlich gelb. Die Büsche sind grün. Das ist so ein Kontrast. I love it's summer. Ich weiß nicht, wenn ich da durchgehe. Das hat irgendwie eine gute Energie, dieses Feld. Da ist die Tee-Marene. Da haben wir oft Messen. Und das ist so ein eingezäunter Bereich, wo ein Vogel nistet, der nicht gestört werden darf. Also haltet euch fern davon. Und hier findet man oft Kaninchen, aber die haben sich leider alle versteckt.